Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das hier ist mein erstes Video. Mein Name ist Paulina, ich bin 18 Jahre alt und ich wollte eigentlich schon seit längerem mit YouTube anfangen und jetzt ist es sozusagen mein offizieller Startschuss. Bei mir auf dem Kanal wird es Schmink, Lifestyle und Fashion-Videos geben und alles andere, worauf ich noch so Lust haben werde. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit einschaltet und mir vielleicht auch ein kleines Abo dalasst.